Ich glaube, das politische System ist so, dass da ein selektiver Prozess stattfindet, dass die charakterlich ereigneten Leute halt nach oben kommen, charakterlich ereignet für ihren Job, den sie dann machen müssen. Und die charakterliche Eignung dahin ist, glaube ich, würde ich mal mit dem Wort Wendehals beschreiben. Du lernst von Anfang an, Belohnung dafür zu bekommen, wenn du mit der Masse schwimmst. Und so müssen wir uns dann nicht wundern, wie die Gesellschaft halt aussieht. Wir können ja jetzt zum Beispiel auf ein einfaches Beispiel runterbrechen, dass man sagt, die Politiker machen aktuell die Regeln und wir werden dadurch zu Zwangsmaßnahmen verpflichtet und deshalb sind die schuld an unserer Misere. Aber solange wir so denken und solange wir die Schuld dahin abladen, sind wir natürlich immer noch unmündig und in dem Augenblick sind wir das kleine Opfer, was die Welt nicht verändern kann, sondern in dieser Rolle verharren muss. Sich diese Ruhe mal zu nehmen, mal in sich zu sehen und wirklich zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal eine Woche lang nur jeden Tag 20 Kilometer durch den Wald oder wie auch immer und reflektiere nur mal, wo will ich eigentlich hin? Wie will ich eigentlich leben? Und diese Fragen sich zu stellen, das ist das, was im System nicht vorkommen soll, dieser Moment. Und deshalb wird es auch so bekämpft. Egal, ob es eure Formate jetzt zum Beispiel sind oder alles, was in diesen Bereich irgendwie reingeht, dass Leute sich selbst Fragen stellen, wird extrem bekämpft. Niemand kennt die absolute Wahrheit. Niemand. Und wenn niemand die absolute Wahrheit kennt, hat auch niemand das Recht, jemand anderem zu sagen, was er zu tun hat. Hallo, liebe Zuschauer von Eingeschenkt TV. Heute in unserem Studio wollen wir uns der Frage stellen, erschaffe dein Glück selbst. Dazu haben wir heute Besuch von Friedrich Krüger. Hallo. Lieber Friedrich, du hast dieses Buch geschrieben, Mind Revolution. Vielen Dank erstmal, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hatte eine gute Fahrt und bin heute tatsächlich das erste Mal in Dresden bei euch. Ja. Vielleicht nicht das letzte Mal, würde uns freuen. Mind Revolution, erschaffe dein Glück selbst. Ja, wir wollen uns heute mal abseits von der ganzen tagesaktuellen Geschichten, die uns völlig natürlich auch in Anspruch nehmen, mal rausnehmen und dieses Thema ein bisschen in den Vordergrund heben. Das natürlich auch vielleicht mit der heutigen Zeit zu tun hat. Auf jeden Fall. Und sehr, sehr gerne, nicht nur das Thema Corona. Ich glaube, da haben wir alle den Kopf schon so mit voll, dass es mal Zeit wird, auch sich über positive Sachen vielleicht zu unterhalten. Man kann sich heutzutage diesem Thema natürlich nicht entziehen, aber gleichzeitig, wenn man sich länger damit auseinandersetzt, zumindest geht es mir in den Gesprächen so, die ich mit Menschen führe, ist auch immer die Frage, das macht mich wahnsinnig, ich muss es auch mal wieder bei mir halten. Ich fühle mich irgendwie fremdgesteuert, unsicher, unzufrieden. Ich wünsche mir Frieden, inneren Frieden, wie auch immer. Und all das sind ja Themen, das sind mir ganz nah bei deinem Buch und die haben auch darüber hinaus Bestand. Auf jeden Fall. Ich glaube auch ein Thema, vor allem, weil du dich jetzt ansprichst, ist das Thema Angst. Und Angst vielleicht als so negativste Energie, die es gibt aus meiner Sicht. Ist was, was momentan auf allen Seiten für mich zu erleben ist. Also jetzt das ganze Jahr, wie man denkt und auf welcher Seite man jetzt irgendwie steht. Alle haben irgendwie Angst vor Sachen. Der eine vor der Spritze, der andere vor dem Virus. Also alles ist auf dieser Angst-Ebene. Und das ist so schön. Freue ich mich sehr, wenn wir heute über ein paar Themen sprechen, bei denen es darum geht, diese Angst vielleicht auch loszuwerden und selber ins Handeln zu kommen. Alles klar. So, jetzt hast du deinem Buch mit dem Untertitel sozusagen Erschaffe dein Glück selbst den Namen gegeben Mind Revolution. Was verstehst du denn unter Mind Revolution? Oder was verstehst du unter dem Begriff Mind? Für mich ist Mind jetzt in dem Bezug sozusagen das, was wir als unsere eigene Persönlichkeit ansehen. Also diese Ich-Bezogenheit. Jeder, wenn wir jetzt einfach ganz normal sprechen und wir sagen, ich bin zum Beispiel Friedrich Krüger, dann haben wir irgendein Bild vor Augen, wer wir sind und welche sozusagen Charakterzüge uns bestimmen und wie wir uns selbst sozusagen personalisieren. Und dieses ganze Ich-Bezogene ist für mich sozusagen das Mind, der Geist, der dahinter steckt. Also der Geist. Es gibt ja auch diese Theorie mit der Dreifaltigkeit, Körper, Geist, Seele. Also wir sprechen jetzt hier über den Geist. Ja, in der Dreifaltigkeit ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders sozusagen jetzt, wenn man es da einordnen würde. Ich würde es mal als Überbegriff nehmen für sozusagen unser gesamtes Selbstbild und unser Weltbild, damit zusammenhängt, also wie wir uns selbst sehen und unsere Umwelt in der Reflexion zu uns selbst. Das alles würde ich mal als Geist bezeichnen und da sozusagen die Revolution, die ausgelöst werden sollte oder kann. Ja, ob die sollte oder kann, das muss ja wahrscheinlich jeder selber entscheiden. Die Frage ist ja auch Revolution. Also was verstehst du unter Revolution? Ein völliges Hinterfragen der gegebenen Umstände. Also wenn jetzt eine Situation so aussieht, ist für mich eine Reform, wo man sagt, okay, die Grundsituation stimmt und wir möchten einzelne Sachen verändern. Und Revolution ist für mich das Wort dafür, alles komplett zu hinterfragen, bis ins kleinste Detail zu gehen und sich selber auch die schwierigen Fragen zu stellen und dann zu gucken, wie möchte ich das eigentlich komplett von Neuem aufbauen. Okay. Also Revolution heißt, du machst jetzt hier vor nichts Stopp, es wird alles hinterfragt und es geht aber auch um den Prozess der Veränderung. Also nicht nur mental, sondern auch tatsächlich tun. Definitiv. Also an ihren Taten solltet ihr sie erkennen, ist ein Spruch, den ich mir selber sehr oft vor Augen führe, auch einfach in der persönlichen Reflexion, weil man natürlich schnell Dinge spricht, schreibt, irgendwie in die Welt posaunt, aber am Ende ist das, was daraus entsteht, wirklich in der eigenen Realität, dann das erzählt. Klar. Gut. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich eine Revolution mir so vor Augen halte, dann ist es ja, ich sage es mal, ein Zustand, der im Idealfall zum Besseren gewendet wird. Das heißt, der aktuelle Zustand, sozusagen der Ausgangspunkt, von dem wir beginnen, ist nicht so richtig wünschenswert. Aber irgendwie sind wir ja da hingekommen. Und dann ist aber noch lange nicht gefragt, beantwortet die Frage, so nach dem Motto, wenn mir das hier nicht gefällt, wo will ich denn überhaupt hin? Wie erkennt denn ein Mensch überhaupt, so nach dem Motto, uh, das hier ist gar nicht so vielleicht optimal und da gibt es einen besseren Zustand, zu dem will ich mich hinbewegen. Ich glaube hauptsächlich durch Schmerz, tatsächlich Schmerz und Leid sind zwei Faktoren, die da eine ganz große Rolle spielen, auch in meinem Leben. Und das erlebe ich bei sehr vielen Menschen, mit denen ich mittlerweile auch Möglichkeit hatte, mich auszutauschen. Das sind sozusagen die Hauptpunkte, an denen Veränderung wirklich entstehen kann. Wenn du ganz unten bist und selber sozusagen vorm Elend stehst, auf welcher eben noch immer, dann hast du die Möglichkeit, entweder aufzugeben, was leider auch öfter passiert, aber du hast vor allem diese Riesenchance, alles über Bord zu werfen und dich komplett neu auszurichten und zu sagen, wie kann ich selber mich jetzt rausziehen aus dieser nicht optimalen Lage. Und ich glaube, das ist, das Schöne ist, oder vielleicht, manche werden es vielleicht nicht so schön sehen, aber das Leben schickt uns andauernd Situationen, in denen wir die Möglichkeit haben, zu wachsen aus Schmerz und Leid. Weil jeder, ich bin jedenfalls noch niemandem begegnet, der Schmerz und Leid nicht in seinem Leben kennt. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Was machen wir daraus? Und es gibt Menschen leider, und ich habe selber auch in jungen Jahren dazu erzählt, die Fehler machen, hinfallen, es tut doll weh. und anstatt daraus zu lernen und weiter zu wachsen, gibt man irgendjemand anderen die Schuld und ist dazu verdammt, den gleichen Fehler nochmal zu machen. Weil solange wir nicht selber die Verantwortung übernehmen für das, was in unserem Leben passiert, sind wir in diesem Teufelskreislauf, denke ich, drinnen, in dem wir unmündig sind. Und deshalb für mich die Phase... Solange jemand anders Schuld hat, habe ich ja auch nicht die Notwendigkeit, mich selbst zu hinterfragen. Genau, genau. Aber ob es dann sozusagen langfristig den Prozess einläutet, in dem es auch besser wird, das ist die Frage. Und aus meiner Sicht nicht. Das heißt, Schuld zu anderen schieben und weg von sich selber, bedeutet immer zwangsläufig das Gleiche nochmal erleben. Ja, okay. Wollen wir die... Ich habe mal gelernt, Erfolg kommt von Erfolgen und ist die Folge dessen, was zuvor getan wird. Also sozusagen selbst ein Misserfolg, eine Folge dessen, was ich zuvor getan habe. Ja. Ist es dann für denjenigen, der in diesem Schmerz ist, oder gesagt hast, wenn er ganz unten ist, ist es für den einfacher, weil er nichts mehr verlieren kann oder weniger verlieren kann, wie jemand, der so auf Wolke sieben schwebt und denkt, das wäre alles in Ordnung? Ich glaube, das Thema, was man zu verlieren hat, spielt auch eine Rolle. Aber ich glaube gar nicht mal, dass das so hinderlich ist, wenn man selbst die Fühle hat, noch viel verlieren zu können. Gerade auch im Persönlichen etc. Weil, wenn du was zu verlieren hast, ist natürlich auch die Motivation, nochmal eine andere, die hinter dir steht. Ich glaube eher das Schöne an Krisen, an persönlichen Lebenskrisen ist, dass du irgendwann so extrem leidest, dass du nur noch zwei Wege hast und der erste sozusagen ist, aufgeben, dich selbst verraten, Schwierigkeiten haben, danach in den Spiegel zu gucken, einzuschlafen. Und ich glaube, an dem Punkt sind viele Leute in unserer Gesellschaft, in allen Bereichen. Und der andere Weg ist eben, mit sich selbst sehr hart ins Gericht gehen und sich selbst zu hinterfragen in allen Bereichen. Und auch sich selbst zu fragen, das, was in meinem Leben passiert, wenn ich dafür die Verantwortung übernehme und sozusagen das nur eine Spiegelung meines Inneren ist, wieso ist das alles da und was habe ich damit überhaupt zu tun? Weil wir haben ja oft diese Einstellungen in allen Bereichen, sei es jetzt Krankheit, sei es beruflicher Erfolg, sei es familiärer Zusammenhalt oder auch Beziehung. Wir haben ja oft so dieses Weltbild, dass es außen ist und mit uns ja nicht in Resonanz steht. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass wir alles, was in unserem Leben uns widerfährt, zu uns eine bestimmte Bindung hat und dass wir selbst dafür mitverantwortlich sind, dass wir das so erleben, wie es kommt. Ja gut, da würden jetzt wahrscheinlich viele Leute auch ganz vehement widersprechen und gerne sich in dieser Opferrolle sozusagen verteidigen, so nach dem Motto. Nein, nein, das ist ja von außen gekommen, das hat da mit mir nichts zu tun. Was würdest du zu solchen Menschen sagen? Das ist ja vielleicht zum Beispiel aktuell in der Zeit das beste Beispiel, was er überhaupt gibt. Deshalb ist aus meiner Sicht diese jetzige Zeit, so viele dunkle Farben, wie sie auch versprüht, auch eine Riesenchance für uns alle und auch für jeden Einzelnen, weil wir können ja jetzt zum Beispiel auf ein einfaches Beispiel runterbrechen, dass man sagt, die Politiker machen aktuell die Regeln und wir werden dadurch zu Zwangsmaßnahmen verpflichtet und deshalb sind die Schuld an unserer Misere. Aber solange wir so denken und solange wir die Schuld dahin abladen, sind wir natürlich immer noch unmündig und in dem Augenblick sind wir die kleine Opfer, was die Welt nicht verändern kann, sondern in dieser Rolle verharren muss. Und deshalb würde ich immer dazu tendieren und so versuche ich auch selber zu leben, wo kann ich in meinem eigenen Handeln, im Kleinen, ich muss nicht direkt die Welt verändern, aber wenn ich bei mir selber was verändern kann, wenn ich in meinem Inneren schaffe, die Revolution auszulösen, dann kann ich ganz, ganz viel auch an meinem Umfeld ändern und ich merke das immer selbst zum Beispiel. Demos sind zum Beispiel eine gute Sache. Ich war auf mehreren Großen in Berlin, auf denen ihr ja auch zugange wart und auch in kleineren, in regionalen Orten und ich merke immer gerade bei den Regionalen, wenn du mit dieser Offenheit zum Beispiel auf die Polizisten, die da stehen mit ihren Helmen und Uniformen und sehr diese Kalte ausstrahlen, wenn du da sehr offen auf die zugehst und entspannt mit denen bist und sag mal auch mal, fragst, wie fühlt ihr euch eigentlich jetzt hier zu stehen und so, habe ich gerade im Regionalen erlebt, dass da sehr positive Rückmeldungen kommen und auch die Einsätze anders gestaltet werden dann. Dass Ausnahmen gibt, das ist keine Frage und dass da auch viel Schlimmes passiert ist. Aber es geht immer darum, wie gehen wir mit den Dingen um und sind wir offen und versuchen auch den anderen zu verstehen in seinem Handeln. Denn wenn wir in unserem eigenen Kosmos immer nur rumhängen und versuchen so selbstgerecht, die Welt in schwarz und weiß einzuteilen, dann machen wir vielleicht genau das, was wir den anderen vorwerfen. Ja, das sind jetzt zwei Gedanken, die sich bei mir hier bilden. Das eine ist natürlich, den Menschen zu erkennen, vielleicht auch in seiner eigenen Prägung oder auch in seiner eigenen Abhängigkeit, sei es beruflich oder wie auch immer. Aber trotzdem den Menschen dahinter noch zu erkennen, dass das ja kein schlechter Mensch ist, sondern der einfach so geprägt wurde oder vielleicht wie auch immer so handelt, wie ich mir das einfach nicht wünsche, aber durchaus natürlich Gründe dafür hat. Und auch zu erkennen, dass wir nicht urteilen können über den Menschen, sondern nur, wenn ich vor einem Polizist stehe und der macht irgendwas, kann ich darüber urteilen, was er da gerade macht in seiner Rolle als Polizist. Aber über den Menschen dahinter kann ich natürlich nicht urteilen, weil ich habe mit dem noch nie mit einem Bier zusammengesessen abends. Und das ist auch, glaube ich, was wichtig ist, richtet nicht auf das, dass ihr nicht gerichtet werdet, um es mal so auszudrücken, mit den großen Worten. Und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, auch in dem Buch, ist dieses Thema, du kannst die Tat verurteilen, aber nicht den Täter. Wo viele auch immer aufschreien, weil ich das kann nicht verstehen, im ersten Augenblick, weil die sagen, klar kann ich Lauterbach jetzt verurteilen für das, was er macht. Es ist ja ganz klar, dass er ein schlechter Mensch ist und so weiter. Und da wäre ich sehr vorsichtig in dieser Hinsicht, denn wir kennen Lauterbach nicht persönlich, wir kennen die Motive nicht, wir kennen den Druck nicht, aus dem er handelt. Wir kennen nur das, was am Ende bei rauskommt, wenn er spricht. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Aber den Menschen dahinter, dem würde ich trotzdem mit einer offenen Hand begegnen. Ja, das würde ich mir dann halt auch von solchen Entscheidungsträgern wünschen, dass der im Umkehrschluss auch sagt, okay, der Bürger dahinter, den zwinge ich zu nichts. Ich kann ihm was nahelegen, aber wie auch immer. Ja gut, und die zweite Frage ist ja auch so nach dem Motto, ein kleiner Sprung zurück, du hast gesagt, okay, man kann ja dann die Politiker denen die Schuld zuschieben. Aber dort ist ja das relativ leicht. Man sagt ja auch, na gut, warum sind die dann gewählt worden? Und warum werden gewisse immer wieder gewählt, obwohl die Leute scheinbar trotzdem unzufrieden sind? Und da irgendwo hat das ja auch mit unserer Verantwortung zu tun. Okay, für wen ist denn so eine Mind Revolution Lektüre oder ich sage es mal nicht unbedingt die Lektüre, sondern das Projekt so besonders empfehlenswert? Eigentlich für jeden, der sagt, in meinem Leben ist aktuell irgendwas nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und ich möchte selber die Veränderung herbeiführen und nicht mehr da sitzen und warten, dass der Messias von oben kommt und mir mein Leben so bereitet, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ich bin dann Freund von dieser Attitüde, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, nicht im Sinne von Gott negieren oder so, sondern einfach im Sinne von wir haben diesen freien Willen geschenkt bekommen und wir haben auch sehr viel in uns an Stärke, was wir auch wieder entdecken können. Und damit können wir sehr viel verändern. Und ich bin jetzt vielleicht noch sehr jung. Viele Leute, die zuschauen, sind vielleicht ein bisschen älter als ich und werden sich denken, was will jetzt mir jemand in dem Alter hier erzählen über das Leben. Aber ich kann in den Jahren, die ich jetzt schon erlebt habe, auf jeden Fall sagen, dass es bei mir selbst riesige Veränderungen hervorgerufen hat und dass mein Leben viel schöner und viel seiter aussieht als noch vor einigen Jahren. Und es liegt eben daran, dass ich selber sehr hart in Sie riecht, mit mir selber gehe und da auch bereit bin, bittere Erkenntnisse manchmal zu schlucken. Okay. Ist das für jüngere Menschen einfacher, für ältere schwieriger oder kann man da so eine Regel nicht aufstellen? Also ich würde jetzt die Regel nicht aufstellen, weil ich glaube, jetzt hauptsächlich darum kommt, die Motivation mal zu verändern aus dem Inneren. Oder ist es nur so eine Floskel, wenn man sich sagt, ich suche jetzt das heilige Buch, was mir die Lösung für alle Probleme gibt. Dieses Buch, glaube ich, existiert nicht. Aber ich glaube, es gibt Bücher und dazu würde ich auch dieses Buch zählen, weil da sehr viel Herzblut auch rein geflossen ist und es nicht einfach so geschrieben wurde, sondern auch in einer schwierigen Phase bei mir. Es gibt welche, die einen Funken entzünden können, aus dem dann ein Feuer entstehen kann. Und solche Bücher habe ich in meinem Leben oft lesen dürfen, zum Glück. Und so bin ich froh, dass ich auch selber was zurückgeben konnte. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, wenn jemand zuschaut und sagt, in mir ist was und das möchte raus und ich bin bereit für eine Veränderung, aber ich weiß nicht so ernst, wo soll ich anfangen und wie kann ich Fuß fassen, wo kann ich die ersten eigenen Erfolge sozusagen generieren, dann ist das, glaube ich, die richtige Lektüre, um direkt ins Handeln zu kommen und um viele Perspektiven zu sehen, wo man anfangen kann, selber zu agieren. Okay, also ich möchte euch nochmal das Buch zeigen. Ich habe ja auch darin gelesen und muss sagen, es ist nicht das erste Buch in dieser Form und mit diesen Inhalten, aber es ist eine sehr schöne Zusammenfassung und nicht, dass ihr auf die Idee kommt, dass es seine eigene Krisenbewältigung, das ist schön, sauber strukturiert und leicht zu lesen. Ja, und trotzdem hat es nicht an Tiefe verloren, will ich damit sagen. Also ich will euch Mut machen. Also wer noch kein Ostergeschenk hat oder Weihnachtsgeschenk, das wäre was. In diesem Sinne, Okay, Werbeblock beendet. Gehen wir mal in die Themen rein, um euch Lust zu machen, vielleicht euch selber mit dem Buch oder mit den Themen halt zu beschäftigen. Es geht ja hier auch um Wahrnehmung. Wie nehme ich überhaupt mein Leben wahr? Oder die Situation, in der ich stecke? Bin ich zufrieden und glücklich oder bin ich das nicht? Wie kann ich das überhaupt feststellen? Ja, ich glaube, das ist diese Selbstreflexion überhaupt mal aus der Vogelperspektive zu schauen, wie agiere ich selber und wie ist das, was von außen auf mich einprasselt, eigentlich neutral betrachtet. Das ist ja die Meisterschaft aus meiner Sicht. Also darin steckt ja auch die Erkenntnis, dass es nicht die eine Wahrheit gibt aus meiner Sicht, sondern nur subjektive Wahrheiten. Und das bedeutet, so wie für mich die Wahrheit erscheint, so wie für mich die Realität erscheint, muss sie für mein Gegenüber ja nicht erscheinen. Und wenn wir das sozusagen erkennen, indem wir rauszoomen und versuchen uns aus einem Vogelblick mal die ganze Situation anzuschauen, dann liegen darin sehr viele Möglichkeiten, Sachen anders zu bewerten. Weil das ist etwas, was wir die ganze Zeit machen mit unserem Ego. Wir bewerten andauernd. Uns passiert irgendwas und wir bewerten das. Okay, das war jetzt gut, das war schlecht, schwarz-weiß. Und diese bewerten, dass irgendwas passiert uns und wir teilen das sofort in Schubladen ein. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem für uns, weil wir dadurch in so ein Zwangskorsett uns selber stecken und ja nicht mehr die Möglichkeit haben, uns die Sachen erstmal mit einer gewissen Gelassenheit anzuschauen. Und ich glaube, da liegt sehr viel Chance drin, wenn man in diese Übung kommt für sich selber, einfach zu gucken, auch mal die Situation von außen als Beobachter wahrzunehmen. Das ist ja auch das, was in den großen Meditationen oftmals gefördert werden soll. die sich selbst mal als sozusagen dritte Person zu betrachten und auch die Gedanken mal ziehen zu lassen und nicht direkt davon eingenommen zu werden. Und ich glaube, darin liegt sehr, sehr viel Möglichkeit, ob es jetzt die Meditation ist, die jeder hinführt oder andere Wege. Für mich selber zum Beispiel ist eher Spazierenden in der Naturwahrt. Ich verbinde eher mit Bewegung, diese Freiheit, sich ein Stück rauszuziehen aus der eigenen Enge. Da muss jeder Wege finden, aber ich glaube, dass das ein Weg ist, der für viele wichtig ist. Ich habe manchmal schon selber so Verhalten an mir selber wahrgenommen, indem ich mir vorstelle, dass ich selber aus mir heraus schwebe und sozusagen wie jetzt von da oben herunterschaue auf mich und auf die Situation, in der ich mich gerade befinde und quasi aus dieser dritten Perspektive, wo ich nicht unbedingt beteiligter bin in diesem Gespräch, mir selber Ratschläge zu geben. Ja, super. Aber kann auch eine sehr hilfreiche Sache sein, der zu visualisieren, so wie du jetzt sagst, sozusagen im Geiste diese Bewegung zu machen und auch raus zu zoomen. Das kann oftmals wie so ein Mantra langfristig für einen selber aufgebaut werden. Das kann sehr helfen. Ja, ja, genau. Und dann kann ich diesem kleinen Erdenbürger da unten, der nämlich so mit den Alltagsproblemen gerade beschäftigt ist, durchaus mal so einen väterlichen Rat geben. Also in dieser Vorstellung. Ja, und du nimmst sie nicht so wichtig in dem Augenblick. Das ist, glaube ich, das Ego ist ja immer sehr, also egozentrisch bedeutet ja, dass die Welt sich um uns dreht und da ist wahrscheinlich auch eine Menge dran, aber bei uns bedeutet das aus dem Ego heraus gedacht immer, dass alles extreme Drama direkt bedeutet, weil es uns ja auf uns abgestimmt ist. Und wenn, wie du jetzt sagst, so diese Drauss-Zoom passiert, dann kann man sich mit den vermeintlichen Problemen auch aus einer Sicht beschäftigen, wo man vielleicht eher lacht, anstatt eine Krise zu kriegen. Ja, manchmal ja. Manchmal ist es auch zum Weinen aber davon abgesehen. Ich hatte einen Satz hier aus deinem Buch, der hat mich total inspiriert und da könnte man wahrscheinlich allein schon ein ganzes Interview über diesen Satz führen. Also er ist inhaltsvoll. und zwar Bequemlichkeit ermordet die Leidenschaft der Seele. Wirst du das mal für unsere Zuhörer übersetzen? Ja, wie gesagt, ein ganz toller Satz, der ja auch nicht nur von mir ist, sondern den ich auch schon sozusagen weitergeben habe nur und der ganz viel in sich vereint, muss man sagen. Denn egal, welchen Lebensbereich wir nehmen, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Beziehung. Viele Leute werden das kennen, umso länger die Beziehung geht, kommt diese Bequemlichkeit, die einerseits wie Vertrautheit wirkt, aber andererseits auch das, was eigentlich damals am Anfang da war, erstickt. Genauso ist es im Berufsleben, wenn es immer das Gleiche ist. Sobald es sozusagen dogmatisch wird in unserem Leben, ja, in welchem Bereich und diese Bequemlichkeit an den Tag kommt, dass der Verstand sich ausruhen kann, wird diese Leidenschaft abgetötet. Und das kann jeder bestimmt an vielen Beispielen bei sich selber nachvollziehen. und dann muss man sich halt mal angucken, in welcher Welt wir aktuell leben und in welche Richtung sich das bewegt. Und da sieht man, dass fast alles, sowohl im Wirtschaftsbereich als auch in anderen Bereichen, auf Bequemlichkeit ausgerichtet ist. Die Bequemlichkeit ist letztendlich der Riesenfaktor, der einen Amazon so zum Weltmarktführer gemacht hat, der Google so hochgebracht hat, der die sozialen Netzwerke hochgebracht hat. Das ist alles ein Faktor von ganz großer Bequemlichkeit und was das macht in der Gesellschaft und mit uns selber, kann ja jeder nachvollziehen, wenn er sich nur sein eigenes Leben jetzt anguckt. Was macht das mit uns, wenn die Pakete vom Postboten vor der Tür gelegt werden und wir nicht mehr in der Innenstadt sind? Wie viel weniger soziale Kontakte dadurch entstehen? Man hat den Nachbarn teilweise zwei Jahre nicht mehr gesehen, so gefühlt. Und so ist es ja in all diesen Bereichen. Könnte man auch das umdrehen, manchmal versteht man Dinge viel besser, wenn man es komplett umdreht. So nach dem Motto, die Leidenschaft zu leben, seiner Seele freien Raum zu geben, erfordert Kraft? Definitiv. Aber sie setzt auch Kraft frei. Vielleicht noch mehr, als es erfordert. Deshalb ist es vielleicht dieser eine Sprung vom 10-Meter-Brett, den man machen muss, für den man dann die Belohnung kriegt, sobald man eingetaucht ist. Weil wir leben gerade in Deutschland aus meiner Sicht in einem Gesellschaftssystem, wo Risiko sehr gescheut wird und wo wir eine Fehlerkultur haben, bei der gesagt wird, Hauptsache keine Fehler machen, Hauptsache ich werde nicht getadelt und dann sozusagen darauf alles beruht. Das ist aus meiner Sicht einer der größten Fehler, die wir machen können. Ich habe mit 18 selbstständig gemacht, direkt nach dem Abi und habe da sozusagen die ersten Erfahrungen gesammelt, direkt zu sagen, ich gehe einen anderen Weg, wo keiner da ist, der mir sagt, so und so musst du machen, sondern entweder du machst, oder ist halt keine Kohle da und all diese Bereiche und das würde ich mir wünschen, vielleicht auch um sozusagen dieses, wir reden ja jetzt auch nicht nur davon, was alles schlecht ist, sondern wo wollen wir hin und wo kann jeder Einzelne für sich selber Veränderungen schaffen und das ist ein Riesenpunkt, Risiken einzugehen, Risiken auch vernünftig abzuwägen und zu sagen, jetzt ist es doch einfach das einzig Richtige, das Risiko einzugehen. Ja, und diese Fehlerkultur, glaube ich, ist wirklich da ein Thema. Ich komme ja ehemals aus Baden-Württemberg, konkret aus Schwaben und da gibt es so einen Spruch, so nach dem Motto, nicht geschimpft ist schon gelobt. So ist es für viele, ja. Vielleicht tatsächlich zu sagen, mal auch ein Lob auszusprechen. Definitiv. Und zu sagen, okay, es ist vielleicht in die Hose gegangen, aber schön, dass ich es ausprobiert habe. Also auch das Positive zu sehen aus etwas, was eben nicht funktioniert im Ausschlussprinzip. Sonst hätten wir zum Beispiel diese Glühlampen nicht. Edison hat wie viele Dinger da durchgetestet? Keine Ahnung. Ja, alles was wir sehen ist letztendlich Materialisierung von Entdeckermut. Und alle waren bereit, Fehler zu machen und die meisten haben auch extrem viele Fehler gemacht. Nur dadurch ist alles entstanden. Und zu diesem Thema Sicherheit vielleicht auch, weil man das ja auch auf eine größere Ebene packen kann. Hier gibt es so ein schönes Sprichwort aus Russland. Da sagt man, um gut zu sterben, muss man richtig leben lernen. Aber um richtig leben zu lernen, muss man gut sterben verstehen. Das bedeutet sozusagen diese Umkehr, um überhaupt loslassen zu können und um so ein bisschen diese Angst vom Tod loszuwerden, ist für mich ein Riesenthema. Diese Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Ende. Weil das ist auch das, weshalb wir überhaupt sehen, was wir aktuell sehen in dieser Corona-Zeit. Alles, was gerade aufgebaut wird, wie man dazu steht, auf allen Seiten funktioniert nur und zwar ausschließlich nur bei Angst vom Tod. Das ist das, was die Gesellschaft antreibt. Und zwar beide, beide Seiten. Die einen, die sagen, um Gott, das will nicht, ich will diese Gentherapie oder Spritze oder diesen Menschenversuch nicht über mich ergehen lassen, weil ich habe Angst. Und die anderen sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst vor diesem Corona, egal wie viele griechischen Buchstaben es auch geben wird, ich hole mir die Spritze. Aber in Wirklichkeit haben sie beide Angst und in Wirklichkeit haben sie beide das Bedürfnis nach Leben. Und trotzdem können die Menschen nicht über den Schatten springen und das zu sehen in dem Anderen. Also die Werte dahinter, warum verhalte ich mich so und wo sind die Werte dahinter? Die Angst von dem Anderen auch sozusagen anzunehmen wie die eigene Angst, das ist, glaube ich, eine Riesenübung, die wir alle tagtäglich meistern müssen. Denn gerade in der jetzigen Zeit, wo diese Konfrontation durchgehend hochkocht, bessere Übungsstunden gibt es eigentlich nicht, um zu sagen, okay, ich verstehe dich in deiner aggressiven Haltung gerade, ich finde sie nicht okay, aber ich verstehe, warum sie so zutage kommt, weil du hast auch nur Angst. Genau. Genau. Und dann ist es halt die Frage, handelt man aus Angst oder aus Liebe? Also Angst ist die Kraft, die uns davon treibt, von irgendwas weg und Liebe, die uns irgendwo anzieht, wo ich sage, da will ich hin. Und du hast dich ja in deinem Buch auch mit diesem, mit beiden Kräften auseinandergesetzt. und in der Beziehung zum Beispiel ist die Frage, funktioniert die Beziehung in Liebe oder als Art Tauschgeschäft? Das fand ich jetzt auch sehr sympathisch, weil ich hatte auch schon meine Krisen im Leben und habe festgestellt, dass es Tauschgeschäfte waren, die zugrunde gingen an irgendeiner Stelle. Ja, und gerade bei diesem Thema Tauschgeschäfte ist das auch für mich, da sind wir beim Thema Verurteilen. Diese zum Beispiel Prostitution in der Gesellschaft ist immer noch so ein Tabuthema, wo schnell mit dem Finger drauf gezeigt wird. Für mich, muss ich sagen, macht es mittlerweile keinen Unterschied, ob jemand seinen Körper für Geld verkauft oder für Zuneigung oder für die Illusion von Sicherheit. Dieser Tauschhandel auf allen Ebenen ist für mich alles das Gleiche, das ist eigentlich alles Prostitution und ich meine nicht negativ, sondern wir sollten da auch nicht urteilen über andere Menschen, sondern an die eigene Nase fassen und gucken, wo handeln wir denn eigentlich ja nicht aus bedingungslosen, aus bedingungsloser Zuneigung und Liebe, sondern haben Hintergedanken und denken uns, ja, wenn ich vielleicht so und so mich verhalte, könnte das und jenes für mich positiv sein. Wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn ich das tue, bekomme ich das und wenn das, dann das und so weiter. Genau. Dann ist alles nur noch Kalkül. Genau. Und so funktionieren aus meiner Sicht, ich würde sogar sagen, die meisten Beziehungen, die wir aktuell sellschaftlich so führen. Okay. Also nicht nur innerhalb der Beziehung, der Paarbeziehung, sondern auch gesellschaftlich. Überall. Überall. Es gibt für mich eigentlich nur, es gibt auch für mich nur Tauschhandel oder bedingungslose Liebe. Es gibt jetzt nicht viel dazwischen, aus meiner Sicht, weil entweder du tust etwas aus bedingungsloser Zuneigung, weil du einfach machen möchtest oder du hast halt einen Hintergedanken und machst das aus irgendwelchem Kalkül. Ja gut, beim Handel hat ja immer einer die Angst, ich bekomme zu wenig und der andere zu viel. Da ist ja immer eine Konkurrenz dahinter irgendwie. Und bei der Liebe sage ich, ach, das gebe ich als Liebe, ich will gar keine Gegenleistung und damit können ja Beziehungen, wenn jeder was reingibt, ja wie soll ich sagen, die können sehr reich werden. Ja, es gibt zum Beispiel zum Thema Beziehung so ein Beispiel, was ich auch im Buch beschrieben habe, was ich immer ganz anschaulich finde, um auch für sich selber da zu reflektieren und zwar zum Beispiel die Situation, dass ein Pärchen den Urlaub plant, den gemeinsam und die eine Person möchte gerne in den Süden und der Mann sagt eher, nee, ich würde gerne in den Norden fahren, würde gerne wieder richtig im Schnee was machen. Also wir haben zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen und das meiste, was jetzt passiert, ist so diese Kompromiss schließen und zwar fahren sie in der Mitte von Deutschland in Thüringen irgendwo hin und sind Bäder am Ende schlecht drauf nach dem Urlaub, weil sie denken, eigentlich hat keiner seinen Wunsch erfüllt bekommen. Also hat nichts mit Thüringen zu tun. Thüringen ist wunderschön. Geht was auf die Mitte, meine ich jetzt. So ein fauler Kompromiss, wo sich keiner richtig wohl fühlt. Genau und da ist für mich zum Beispiel, was ich selber sozusagen da anwende, um mit mir selber eher auszumachen in solchen Situationen, dass ich mir sage, okay, das ist jetzt mein Wunsch, zum Beispiel in den Norden zu fahren, gegen meinen Wunsch, dass der Wunsch von meiner Partnerin erfüllt wird. Dann sind das nämlich auf einmal nicht der Wunsch von ihm gegen den anderen, sondern dann sind das zwei Wünsche von mir selber, bei denen ich selber abwägen kann, wie ich damit umgehe und das verändert sehr viel, wenn man sozusagen selber erkennt, mir ist auch wichtig, dass der andere zufrieden ist, weil dann wird das eher ein innerer Konflikt, den man viel besser lösen kann, als wenn man sozusagen diese, wie du sagst, faulen Kompromisse schließt. Okay. So, und jetzt hast du natürlich sehr, sehr viele Kapitel in deinem Buch, also was heißt sehr viele, also vielleicht zwei Handvoll Kapitel, wo du sagst, hier sind Bereiche, ja, da werden wir, wie soll ich sagen, vielleicht Optimierungsbedarf haben können, erkennt bitte schön, wie seid ihr in dem Bereich aufgestellt, wie könnte das besser werden und so weiter. Über Beziehung haben wir schon ein bisschen gesprochen, Familie, ich glaube, das ist das A und das O bei der Prägung von den Menschen, Familie. Willst du zum Thema Familie zwei, drei Worte loswerden? Gerne, also ich glaube, dass das der Optimalzustand ist, wenn die Familie die Hauptprägung übernimmt. Ich glaube, mittlerweile haben wir das leider oftmals nicht mehr, sondern mittlerweile wird die Hauptprägung vom Staat oder von staatlichen Organisationen oder von der Gesellschaft insgesamt übernommen, weil die Familie eben sehr instabil geworden ist in vielen Bereichen und deshalb habe ich dem Thema auch große Aufmerksamkeit gewidmet im Buch. Weil ich selber hatte das Glück, in einer super intakten Familie aufzuwachsen, ich habe bedingungslose Liebe seit Tag eins erlebt, ich habe nicht jeden Tag in meinem Leben, in dem ich irgendwie nicht wusste, ja, was passiert, meine Eltern lieben mich so wie ich bin, ich musste nie was liefern, da fangen ja auch oft so diese unbewussten Tauschgeschäfte sonst an, wenn du die eins nach Hause bringst, dann haben wir die ein bisschen mehr lieb, so diese Suggestion, die da auch oftmals unbewusst von Eltern ausgelöst wird. Das hatte ich zum Glück alles nicht, sondern für mich war das alles sehr harmonisch, auch mit Großeltern und allem drum und dran. Deshalb habe ich kennengelernt, was das ausmachen kann und was das auch für die Stabilität von einem Menschen bedeutet, wenn er in so einem Umfeld aufwächst. Und die aktuellen Zeiten sind für mich eine Destabilisierung der Familie auf allen Ebenen. Also wir bilden momentan extrem viele verbitterte Einzelkämpfe aus, so will ich es mal nennen, die lieber das eigene Wohl voranstellen vor allem anderem und auch nicht bereit sind, wie gesagt, worüber wir geredet haben, so die sind in den anderen empathisch reinversetzen, zu praktizieren und zu üben. Und deshalb für mich Familie in der gesamtgesellschaftlichen Prägung der wichtigste Faktor und auch der wichtigste Faktor, dass man nicht in ein System der Diktatur, in ein System der totalitären Herrschaft hineinrutscht, wie man das momentan vielleicht schlecht vorahnen könnte. Und deshalb sieht man ja auch in allen alten Kulturen... Also ich kann das gut vorahnen, das sieht ja auch so aus. Genau. Man wünscht sich das zwar nicht, aber... Für mich sind die Tendenzen auch klar und für mich ist das ein Riesenfaktor, diese familiäre Instabilität, weshalb es überhaupt möglich ist, weil wenn du selber das kennst, diese Harmonie, wie es ist, miteinander umzugehen, aufeinander achtzueben, dann bist du halt nicht so schnell zu mobilisieren für einen Feind. Ja gut. Ich fasse das mal zusammen. Wer bedingungslose Liebe von seiner Familie, von seinen wesentlichen Schlüsselpersonen erlebt, der ist dann als junger, erwachsener selbstsicher. Er sagt, die haben mich geliebt, ich habe eine gewisse Stabilität, ich habe eine Selbstsicherheit, an mir ist nichts verkehrt. Ja, aber eventuell auch, ich glaube, das ist der eine Teil, dass dieses Urvertrauen, wie ich es mal bezeichnen würde, aber zum anderen hast du auch die Fähigkeit, selbst kritischer zu sein, weil du nicht sofort das Gefühl hast, wenn ich mir selber jetzt einen Punkt an mir, der mir nicht gefällt, angucke, dann kippe ich direkt um und verliere mich selber. Das ist sehr schön, dass du das anwendest, weil das sind ja zwei Seiten einer Münze. So, wenn ich mir selber völlig unsicher bin, dann baue ich um mich herum im Prinzip eine Wand, die zeigt, wie großartig ich bin, weil ich nämlich verletzlich bin. Weil ich aber in mir stabil bin, kann ich ja auch ganz über meine Fehler lachen, weil das ändert an meiner Stabilität nichts. Ja, man sieht es ja aktuell mit den ganzen Masken, dieses Thema Maske tragen, ist in der Normalität der meisten Menschen angekommen, das wird einfach, das wird ja nicht mehr hinterfragt und aus meiner Sicht ist das einfach nur eine Spiegelung dessen, was du vorher da war, nämlich dass alle Masken aufhaben und letztendlich, wenn du dich sowieso hinter einer Facette versteckst, ist es dir auch real, ob du jetzt auch physisch eine Maske aufhast oder nicht, weil diese nahbare, was wir jetzt vielleicht gerne haben oder ich zumindest, auf jeden Fall in der Globe wäre bei dir ähnlich. Das haben viele Menschen ja nicht mehr, weil sie sowieso dauerhaft in diesem Versteckenmodus sind, dass sie sich verstecken. Jaja, also nicht nur hinter Schminke, nicht nur hinter einer Maske oder hinter einer schönen Karosserie, sondern vielleicht auch mit irgendwelchen Geschichten, die um einen herum gesponnen werden, um sich selber nicht zu zeigen. Ja, und um auch, glaube ich, sich selber nicht sehen zu müssen. Ja, okay. Das ist ja auch diese Erkenntnis, also den Mut zur Selbsterkenntnis. Genau, und das ist aber genau das, wo wir auch am Anfang drüber gesprochen haben, dass das, was am Außen passiert, die Spiegelung des Innenen ist, also wie oben, so unten, Mikrokosmos gleich Makrokosmos, um auf diese Sache zurückzukommen, weil da sagen viele dann immer so ein bisschen diese, wenn ihnen jetzt was passiert, zum Beispiel, ist immer diese Gegenargumentation, damit, dass sie sowieso einen Beweis haben, dass sie ja damit nichts zu tun haben. Aber wenn man den Spiegel jetzt zum Beispiel, man nimmt als Vergleich einen physischen Spiegel, dann guckst du dir ja im Spiegel auch nicht irgendwas an dir an, was du so auch sehen kannst. Also du gehst ja nicht mit deinen Händen vor den Spiegel und hältst sie in den Spiegel und guckst sie im Spiegel an, sondern du guckst dir ja in einem Spiegel das an, was du nicht sehen kannst ohne den Spiegel. Und so ist es vielleicht auch mit der Umwelt, die auf uns einprasselt, wenn wir mal denken, wir hätten damit ja nichts zu tun. Vielleicht zeigt sich dadurch einfach das, was wir nicht sehen können ohne die Umwelt in uns selber. Okay. Wie ein großer Spiegel sozusagen, der uns eigentlich nur auf Sachen hinweisen möchte, bei denen wir sonst nicht hingucken. Genau, das ist dieser Hall, der aus dem Wald zurückkommt, sozusagen. Genau. Wie ich reinrufe, so halt zurück. Okay. Aber nochmal ganz kurz zur Familie. Du hast gesagt, du hattest ein großes Glück, in einer intakten Familie aufzuwachsen und das ist heutzutage leider nicht mehr so häufig. Es sind ganz viele Einzelkinder, ja, ganz viele auch soziale Schwierigkeiten, die auch Paare, aber insbesondere auch Alleinerziehende ertragen müssen. Wie kann jemand, der in solchen Verhältnissen aufwächst, ja, wie soll ich sagen, das kompensieren, wo kann der jetzt arbeiten an sich, um die Liebe, die er vielleicht vom Vater oder von der Mutter nicht bekommen hat, irgendwie zu kompensieren? Weil, du sagst, du hast ja auch recht, es ist ein großer Vorteil, du bist in der Familie aufgewachsen, aber jeder, der jetzt zuhört und sagt, oh Gott, ich bin ein Einzelkind, was soll ich jetzt machen? Was sagst du denn dem? Ich glaube, wie gesagt, dass das Leben uns allen immer wieder Möglichkeiten schickt, um das, was wir zu lernen haben oder was uns sozusagen bisher noch nicht vergönnt war, würde ich mal so sagen, jetzt anzupacken und selber zu sehen und gerade bei dem Thema Liebe, was für mich das entscheidende Thema ist überhaupt, in allen Bereichen, ist es so, dass es zum Beispiel für mich auch nicht so war, nur weil ich das erlebt habe, diese bedingungslose Liebe mir gegenüber, konnte ich trotzdem auch jahrelang nicht selber das zurückgeben, auch an andere Menschen nicht, sondern bei mir war eine an Bedingungen geknüpfte Liebe. Also es sind auch, glaube ich, zwei Paar Schuhe, das zu empfangen und das selber auch zu erleben und dieses Erlebnis kam bei mir auch sozusagen wie von woanders geschickt, sage ich mal und da, glaube ich, gibt es für jeden Möglichkeiten, wenn er wach ist und das auch bereit ist, anzunehmen, zu lernen, was zu lieben überhaupt heißt und was bedingungslos überhaupt für ein Wort ist. Bedingungslos ist ein Wort, was sehr oft benutzt wird, aber sehr selten wird die Kraft, die dahinter steht, überhaupt verstanden und ich habe es auch lange nicht verstanden, aber wenn man es dann erlebt, was das bedeutet, bedingungslos, dann wird der Meinung nicht klar, weil bedingungslos ist immer, man kann manchmal, ich finde es immer spannend, wenn man so eine Frage stellt, zum Beispiel in Beziehung und die Leute sagen so, ja, wir lieben uns ganz doll und man fragt dann so, hat wer denn das No-Go mit deinem Partner, wenn der das machen würde, wo du sagst, dann wäre er komplett vorbei und dann kommt immer sofort, na, wenn der mich betrügen würde und das und das und jene und da ist halt schon das Wort bedingungslos nicht mehr angebracht und das ist eben die harte Realität aus meiner Sicht, die oft nicht gesehen werden will, aber bedingungslos bedeutet, dass es nichts gibt und zwar wirklich nichts im vorstellbaren Bereich, was passieren kann, was die Liebe ändert. Ja, wer bedingungslos zum Beispiel einen Vogel liebt, der würde ihn nicht im Käfig halten, ne? Das sowieso, das ist dann der Umgang mit dem, wo unsere Liebe sozusagen sich hinzieht, aber für mich selber und das klingt immer so ein bisschen floskelmäßig und romantisiert, aber ist so, diese Erfahrung selber zu entdecken, was das bedeutet, bedingungslos lieben zu können, ist dann im ersten Augenblick zwar auf eine Person, in meinem Fall, gerichtet gewesen, aber weitet sich aus auf alles, wie du die gesamte Welt wahrnimmst. Aber bedingungslos lieben ist ja etwas, was du jemand anderem entgegenbringst. Wenn es kein Tauschhandel ist, dann erwartest du aber keine Resonanz. Dann sagst du, ich gebe meine Anerkennung und meine positiven Gefühle rüber und da muss auch mehr nicht passieren in dem Moment. Ne, klar. Das ist eine in sich schlüssige Handlung. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir mal chronologisch weiter, jetzt in meinem Schulsystem. Sind wir alle ausgebildet? So könnte man vielleicht sagen, dass es aus mit der Bildung ist, spätestens wenn die Ausbildung vorbei ist. Weil zum Schulsystem kann man viel jetzt sagen, wenig positiv wird aus meiner Sicht. Bin ja noch recht nah dran. Mir ist fünf Jahre jetzt her, dass ich meinen letzten Schultag hatte. und ja, das Schulsystem ist aus meiner Sicht an allen Ecken und Enden dafür da, Menschen ihre Kreativität zu nehmen, anstatt sie zu fördern. So würde ich mal zusammenfassen. Ne, Ebenen immer noch veraltete Strukturen. Diese Strukturen wurden aufgebaut, um Menschen für eine Armee fertig zu machen, um Frauen in die Berufe, die dazu gebraucht wurden, sozusagen schon vorzubereiten, dass sie dann diesen Part, diese Zahnrad, im System übernehmen. Und so ist es halt auch heute noch. Es wird dazu ausgebildet, wie wir vorhin hatten, diesen Fehlerkult. Bloß keine Fehler machen, bloß keine eigene Meinung haben, bloß nicht anecken und am besten, wie gesagt, du lernst von Anfang an, Belohnung dafür zu bekommen, wenn du mit der Masse schwimmst. Und so müssen wir uns dann nicht wundern, wie die Gesellschaft halt aussieht. Okay. Und über die Inhalte kann man ja auch nicht frei bestimmen. Also was mich am meisten interessiert, steht manchmal nicht auf dem Lehrplan. Das auch nicht. Und für mich ist zum Beispiel nicht mal der Inhalt das Entscheidende, sondern vor allem, wie funktioniert Lernen oder wie funktioniert das generelle System dahinter. Erstens, wer ist der Lehrer? Wie ist der Lehrer qualifiziert? Und damit meine ich nicht, kann er mir alle Daten nennen im Geschichtsunterricht, sondern wie ist der emotional? Wie ist der menschlich? Wie kann der mit Menschen um ihn, die unterschiedlich sind? Weil als Lehrer hast du da 20 völlig unterschiedliche Leute sitzen. Und die Lehrer, die wirklich mit Herzblut noch dabei sind und die wirklich Menschen wirklich nur bilden wollen, die ihnen Möglichkeit geben wollen, Freiraum, die haben es unheimlich schwer in unserem System. Also die können einem wirklich leid tun, weil die gehen mitunter in diesem aktuellen Strom des Gleichmachens. Und deshalb ist für mich eher die Methode vor allem das Entscheidende. Ja, nicht mal so der Inhalt. Weil ich glaube, der Inhalt kann immer spannend irgendwie präsentiert werden, ja, welches Fach es ist. aber dieser Frontalunterricht, dass sozusagen die Autorität steht vorne und sagt, was ist zu tun. Die Autorität wird halt eben im menschlichen Sinne nicht zur Autorität, weil sie so genannt wird, sondern weil sie sich so gibt. Werden wir alle nur zu Zahnrädern in einem großen Getriebe ausgebildet? Ja, klar. Aber eine Schule ist auch, also das ist auch für mich, das beschreibe ich auch im Buch, jetzt nichts Unnormales. Ein Staatssystem hat natürlich ein einziges Ziel und zwar sich selbst zu erhalten. Und dementsprechend ist die Schule eines der größten Systeme im System, um das Ganze aufrecht zu erhalten. Okay. Jetzt sind wir quasi über die Familie, über die Schule quasi gekommen und sagen, okay, wir bekommen eine Prägung ab. Wir bekommen eine extreme Prägung durch die Familie und dann, ich sage jetzt mal, vom Kindergarten über die Schule, über das Studium und so weiter bis hin zu einer Ausbildung in den Betrieb. Prägung, 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 Prägung. Ist das der Punkt, wo du sagst, so, jetzt sind wir zumindest in der Gefahr, dass wir ein Produkt Fremder sind in unserem Geiste und das ist der Punkt, wo wir ausreißen wollen, um uns selbst wiederzufinden? Das ist zumindest ein Danke, der dazu eine Rolle spielt, dass wir sozusagen unser gesamtes Weltbild und Selbstbild eigentlich nur aus äußeren Projektionen zusammenbauen. Und im meisten Falle kommt im Leben ja nie der Punkt, an dem eigentlich mal die Frage gestellt wird in Ruhe, was will ich eigentlich? Die Frage kommt ja eigentlich nicht, weil du hast ja keine Ruhe dazu, die dir mal selber zu stellen. Und diese, diese sozusagen, sich diese Ruhe mal zu nehmen, mal in sich zu sehen und wirklich zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal eine Woche lang nur jeden Tag 20 Kilometer durch den Wald oder wie auch immer und reflektiere nur mal, wo will ich eigentlich hin? Wie will ich eigentlich leben? Und diese Fragen sich zu stellen, das ist das, was im System nicht vorkommen soll, dieser Moment. Deshalb wird es auch so bekämpft. Egal, ob es eure Formate jetzt zum Beispiel sind oder alles, was in diesen Bereich irgendwie reingeht, dass Leute sich selbst Fragen stellen, wird extrem bekämpft. Was aber auch normal ist, ist dieser Selbsterhaltungstrieb vom System. Weil du dann als Melkkuh dem System unter Umständen abhanden kommst? Ja, weil du natürlich auch eine Gefahr ausstrahlst, wenn du selber genau weißt, wie du leben möchtest und anfängst zu handeln. Das ist erst mal, wenn Leute im Internet jetzt irgendwie Videos machen oder reden oder so, das ist erst mal uninteressant. Aber wenn daraus Handlungen entstehen in der Realität, dass die zum Beispiel sagen, ich fange jetzt an, meinen kleinen Garten aufzubauen selber, dann muss ich nicht mehr so auf zu Lidl. Dass die jetzt anfangen zu sagen, mit meinem Nachbarn ist die ganze Zeit Streit, ich lade den einfach mal ein zum Grillen und wehme uns die Hand und spreche uns aus. Wenn diese Spaltung sozusagen bekämpft wird auf allen Ebenen, wenn ich auf jeden Fall nicht mehr sage, die Flüchtlinge feiern weiter nur und machen nur Stress, sondern anfangen, differenziert zu sehen an all diesen Stellen und zu sagen, wir müssen aufeinander zugehen und müssen dann gucken, wo sind Probleme, die auch nicht wegleugnen, sondern gucken, wie kriegen wir das zusammen geändert. Aber da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Dings so nach dem Motto, man müsste den Mensch hinter den Taten sehen, schauen, wo sind seine Ängste und dann erkennt man, der hat genau die gleichen Grundbedürfnisse wie jeder andere, wahrscheinlich in Sicherheit, in Liebe, in Geborgenheit irgendwie leben zu können, ein lebenswertes Leben zu haben. Man muss ja für diesen ganzen Prozess auch bereit sein, ein Stück weit durch Schmerz zu gehen, weil das ist, dieser ganze Prozess anzufangen, loszulaufen, sich selbst diese Fragen zu stellen und selbst hinzusehen und selber nicht mehr zu sagen, der und dieser und jene hat Schuld, sondern bei sich selber anzufangen, ist natürlich auch mit Schmerz, mit neuem Schmerz und neuem Leid erstmal verbunden. Und es gibt so einen schönen Spruch, den ich immer sehr gerne mir selber auch vorrufe, der ist, wer Licht spenden will, muss es aushalten, zu brennen. Und da liegt sehr viel Wahre drin, glaube ich. Ja, aber auch vielleicht das Schmerz, bereit sein, den Schmerz zu ertragen, dass man möglicherweise auf dem Holzweg war bisher. Ja, klar. Wie ist denn diese Fähigkeit bei unseren Politikern ausgeprägt? Ich glaube, das politische System ist so, dass ein selektiver Prozess stattfindet, dass die charakterlich ereigneten Leute halt nach oben kommen, charakterlich ereignet für ihren Job, den sie dann machen müssen. Und die charakterliche Eignung da in jenen ist, glaube ich, würde ich mal mit dem Wort Wende halt beschreiben. Und das ist aber auch nicht Neuheit in unserem jetzigen System, sondern das ist auch in jeglichen politischen System immer so gewesen. Also so nach dem Motto, wenn es einen politischen Umbruch gibt, dann sind die trotzdem alle wieder, haben sie ja kommen sehen und unterstützen sie, waren sie immer der Meinung. Ja, ja, klar. Darauf kann man abziehen. Aber die Sache ist halt die, bei diesem ernst politischen Thema, ich war zum Beispiel selbst für die FDP mal eine Zeit lang bei uns im Stadtparlament, habe mir da sozusagen die regionalen Sachen angeguckt und Einblicke bekommen und so weiter und auch Kontakte. Und bin mittlerweile ausgetreten. Aber das war eine spannende Zeit und man merkt schon in der untersten Ebene so die ersten Sachen, wo du so merkst, wenn du mit diesem und jenem am Tisch sitzt, weil es nicht regional bei uns von der FDP, aber auch von anderen großen Parteien und so, sind bestimmte Themen einfach nicht so gerne gehört und dann wird das so umschifft und dann wirst du mal ausgeladen und da fängt es schon an so ein bisschen, dass du merkst, okay, manche Sachen lasse ich lieber weg. Und umso höher du aufsteigst in dem System, umso klarer zeigt sich das. Und deshalb, wenn du oben ankommst, du kommst ja da nicht von Null hin, sondern du bist ja schon einen Weg gegangen und auf diesem Weg wird halt einfach gnadenlos aussortiert, wenn du nicht charakterlich ereignet bist, oben anzukommen und da ist auch real, welche Partei. Und deshalb ist es so, dass viele Leute dann sich immer wundern, warum ist jetzt eigentlich, warum dreht sich alle, jeder erzählt heute was und morgen ist es anders und so. Viele sind ja so da erstaunt, aber wenn man sich den Prozess anguckt, wie du da hochkommst, dann ist es halt einfach nur normal, dass du so charakterlich drauf bist, dass du diese Rolle erfüllst. Ist dein Job. So funktioniert Politik. Ja, ja. Wollen wir noch etwas anderes nehmen, was vielleicht ein bisschen erbaulicher ist, aber ich erwarte schon, dass es da auch Probleme gibt. Wie schaut denn das aus im Bereich Umwelt, Natur? Also ich habe ja in meinem Buch sozusagen eine Grundaussage zu diesem ersten Thema Klimawandel getroffen, weil ich ja so extrem gehypt war, gerade vor Corona, jetzt ist ja wie so ein bisschen in Fallbegessenheit geraten, obwohl alles mögliche politisch umgesetzt wird im Hintergrund. Aber meine Aussage dazu war, im Buch, ich habe dazu fünf Bücher gelesen, in alle Richtungen, also zwei waren kontra, drei positiv, habe mir ganz viele Vorträge angeschaut von verschiedenen Leuten und kann für mich selber sagen, dass ich keine eigene Meinung dazu habe, auf der Grundlage. weil mir das Wissen, was ich mir angehängt habe, immer noch nicht reicht, um zu sagen, das ist so mit dem Klimawandel, das ist so, das gibt gute Argumente für, wie gut die gehen. Wenn man das differenziert anguckt, ist die Sache extrem komplex und deshalb wundere ich mich einfach, dass in der Gesellschaft jeder dazu so eine starke und harte Meinung hat. Auf beiden Seiten wundere ich mich darüber, weil die meisten Leute haben damit relativ wenig bisher eigentlich sich beschäftigt und trotzdem wissen die genau, was richtig ist und was falsch. Ja, aber das ist ja auch so etwas, dass wir mit Schlagworten, was sie sich, dem Menschen gemachte CO2 ist schuld für den Klimawandel und zwei Grad Erderwärmung sind aufzuhalten, ansonsten müssen wir alle sterben. Jetzt sind ja überall diese Flosskände, das ist ja bei Corona jetzt auch nichts anderes, das ist bei jeder Angstmacherei, die immer schon, ja, das Gleiche und das ist aber eben diese, das ist eigentlich das Problem, warum unsere Diskussionskultur auch so extrem am Boden ist, warum es nur noch dieses Schwarz-Weiß hier nur noch gut und böse gefühlt auf allen Seiten und ja nicht mehr diese Differenzierung stattfindet, weil halt eben die Leute einfache Wahrheiten haben wollen und die werden ihnen halt geliefert und zwar in extrem mutter Form durch vernünftige PR-Agenturen, die genau wissen, was sie tun, durch vernünftige Medien, die genau wissen, wie sie ihren Job zu machen haben und durch ihre eigenen Politiker, die ihren Job auch perfekt machen und das ist eben das immer diese Struktur im System. Da werden wir gelenkt, gelenkt, gelenkt. Ich hatte zum Beispiel mit meinem Sohn mal ein Problem, also was heißt ein Problem? Er war der Meinung, dass wir sozusagen CO2 produzieren und unser Verhalten nicht völlig ändern, schuld sind am menschengemachten Klimawandel durch CO2-Emission und seine Zukunft gefährden. Dann habe ich ihm nur gesagt, so nach dem Motto, ich sehe das überhaupt nicht, ich sehe eher das Gegenteil, aber, um gleichzeitig wieder aus dieser Schublade rauszukommen, weil wer sagt, an den CO2-gemachten Klimawandel, glaube ich nicht, da ist ja gleichzeitig ein Umweltzerstörer und, 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 und. Aber gleichzeitig zu sagen, ich finde es blöd, dass in den Meeren da Plastiktüten rumschwimmen und die Wale ersticken und ich finde es auch blöd, dass man genmanipulierte Medizin und Nahrungsmittel zu sich nimmt und diese ganzen Gifte auf dieser Äcker schmeißt. Das finde ich natürlich blöd, aber das hat mit dem CO2 nichts zu tun. Ich verstehe es zum Beispiel auch nicht, dass Leute, die keinen einzigen genveränderten Salat kaufen oder essen würden, ja, sich so bedenkenlos, ich sage jetzt mal, irgendwas in ihren Körper einspritzen lassen wollen, wo die gar nicht wissen oder sich vielleicht auch noch gar nicht richtig darüber informiert haben, was da überhaupt drin ist. Ja, aber das ist genau der Punkt, diese nicht informieren. Also, dass es jetzt zum Beispiel bei den aktuellen Therapie-Methoden Unterschiede gibt zu den vorherigen und so weiter, dass es da ganz klare Neuerungen gibt. Ich habe ja zum Beispiel ein Video gemacht, ihr habt mit Heiko Schrank zusammen, wo ich das versucht hatte, detailliert alles zu erklären und auch da, wieder, ich habe auch dazu sehr viel gelesen und auch die Sachen, die in Masterstudien, in medizinischen Ausbildungen und so weiter sind, hat mir da durchgekämpft, um für mich selber einfach eine Entscheidung treffen zu können. Weil ich will es nicht dogmatisch machen, sondern ich will es auf einer vernünftigen Grundlage machen für mich. Und nachdem ich das alles durch hatte, mir das alles angeguckt habe, habe ich in dem Video am Ende gesagt, ich kann euch nicht sagen, was richtig ist. Weil auch das Thema ist so komplex, dass jeder für sich selber nun eine Entscheidung treffen kann und auf welcher Grundlage muss auch er selber entscheiden. Und deshalb ist für mich, das ist ähnlich beim Klima, wie auch jetzt bei diesem Thema aktuell, ist eigentlich die gleiche Grundlage. Niemand kennt die absolute Wahrheit. Niemand. Und wenn niemand die absolute Wahrheit kennt, hat auch niemand das Recht, jemand anderem zu sagen, was er zu tun hat. So, und damit sind wir eigentlich durch mit dieser gesellschaftlichen Spaltung schon, wenn das alle verstehen würden, dass sie nicht in der Lage sind, für andere Menschen zu entscheiden, weil sie nicht dazu das nötige Wissen haben. Niemand. Das würde aber auch so eine gewisse Bescheidenheit und Demut voraussetzen, dass man sagt, okay, ich komme mal runter von dem Ross. Ich meine, ich habe ganz klare Meinungen, ob ich jetzt also in 2G++, da komme ich nicht rein. Aber ich, das ist doch meine Entscheidung und auch damit könnte ich sagen, gehe ich demütig um, vielleicht eines Tages erreichen mich Informationen, wo ich sage, dann sehe ich es ein bisschen anders. Aber gleichzeitig würde ich mich natürlich nicht zwingen lassen. Weil das ist ja auch quasi der absolute Beweis dafür, dass man selbst fremdbestimmt ist. Zwang ist ja auch der Augenblick, in dem der andere seine Kompetenz überschreitet und dir sagt, was du zu tun hast. Das ist ja genau das, was ich meine. Auf allen Seiten ist das nicht gerechtfertigt. Grundsätzlich, deshalb brauchen wir auch nicht über Pflichten. Wenn wir über eine Pflicht reden, brauchen wir ja nicht ins Detail medizinisch gehen. Eine Pflicht ist, was alleine moralisch und gesellschaftlich nicht akzeptabel ist. Grundsätzlich nicht. Okay. Weil du kannst nicht für jemand anderen solche Entscheidungen übernehmen, sondern das musst du ja selber machen, in jeglicher Hinsicht. Und das ist ja das Problem aus meiner Sicht, was die Medien und das System, wenn wir mal so nennen wollen, sowieso haben. Aber auch die einzelnen Menschen. Wenn du anfängst so zu denken, dass du selber nicht anderen sagen kannst, was richtig ist, fällt dein Feindbild weg. Genau. Wenn der Feind nicht da ist, hat der Tag wenig Struktur oftmals. Ja, genau. Das kenne ich. Also diese Pflicht sozusagen. Also wir sträuben uns jetzt gegen die Pflicht und ein Mauerschütze damals an der Mauer, der hatte vielleicht den Befehl, aber drücken hat er selber müssen. Er hat auch die Waffe wegwerfen können und sagen, das mache ich nicht. Klar. Ein Befehl ist überhaupt keine Ausrede. Ja, okay. Aber das ist ein riesen, ein Riesenproblem, vielleicht nur auf das Thema kurz. Diese, diese Hörigkeit in der Hinsicht, dass Menschen teilweise wirklich aktuell bereit sind, alles zu verraten dafür, dass sie ihre Haushälfte weiter abbezahlen können. Und das ist einerseits natürlich verständlich, aber natürlich diese rote Linie, die man persönlich eigentlich irgendwie definieren muss. Und zwar nicht die rote Linie, wo ich sage, jetzt schmeißt ich Fensterscheiben ein, sondern die rote Linie, wo ich sage, wenn ihr mich, wenn ihr diese Linie überschreitet, wer teilt das als persönlichen Angriff und muss mich verteidigen? In jeglicher Hinsicht ist das ja so. Wenn deine Freundin angegriffen wird oder deine Frau sozusagen von jemandem, dann sagst du ja auch, jetzt noch einen Schritt weiter, dann muss ich sie leider verteidigen. Dann zwingst du mich leider dazu, einzuschreiten. Und diese Linie, die fehlt mir bei vielen Leuten gesellschaftlich. Die ist nicht mehr festgelegt. Wenn du mit vielen Leuten aktuell sprichst, merkst du, die Linie kommt nicht. Du kannst immer weiter gehen, wenn du willst. Du kannst immer mehr Repressalien machen, immer härtere Maßnahmen. Jetzt kommt nicht die rote Linie, an dem die Leute aufstehen und sagen, jetzt reicht es. Und aus meiner Sicht war die Linie eigentlich erreicht, als Kinder mit Masken in der Schule saßen, aber das ist ein anderes Thema. Okay. So, jetzt können wir natürlich nicht den gesamten Inhalt deines Buches hier in so ein Interview packen, aber diese Mind Revolution, diese Befreiung, dieses Hin zur Eigenverantwortung, zur Selbsterkenntnis. Was macht das mit einem Menschen? Wo ist der positive Ausblick? Ganz viel macht das mit einem Menschen. Und zwar ist es wie eine Tal- und Bergfahrt, die du einhest mit dir selber und auf der du an Orten vorbeikommst, bei denen du nicht mehr gedacht hättest, dass sie überhaupt existieren. Nur, dass diese Orte halt in dir selber sind und du wirst dich selber ganz anders kennenlernen, überhaupt erstmal zum ersten Mal kennenlernen wahrscheinlich. Denn bisher ist das immer nur dieses von außen projizierte Selbstbild. Und am Ende, und das ist ja der Sinn der ernsten Sache, jetzt darum, wie kann ich aus dem, was im Außen passiert, mit meiner eigenen Reaktionsfähigkeit, die Dinge so gestalten, dass ich meinen eigenen Frieden finde. Darum jetzt mir, glaube ich, ich glaube, also diese, manche Leute würden unter Glück vielleicht verstehen, dass man den ganzen Tag lächelnd rumrennt. Das ist für mich nicht das, was ich meine mit innerem Glück. Sondern ich meine den inneren Frieden, und die Elassenheit zu verstehen, im menschlichen Leben kann mir nichts passieren, was wirklich auf der intensivsten Ebene tragisch wäre. Sondern das ist hier ein Spiel, das wird wir spielen und wir sollten das Spiel genießen, bin ich der Meinung. Und das ist der Weg, in diese genießen zu kommen, die Dinge anzunehmen, die mir begegnen. Okay. Also ein Ausblick auf ein genussvolles Leben sozusagen, auf ein friedliches, genussvolles Leben. Und mit viel Humor. Mit viel Humor. Den man braucht aktuell. Aber wenn man den hat, macht es auch sehr viel Spaß momentan, weil es ist ein bisschen Realsatire. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu deinem Buch, beziehungsweise zu dem Inhalt. Wer jetzt einmal sich alles komplett durchsortiert hat und sich auf diesen Weg begibt, ist es ein einmaliger Prozess oder ist es ein ständiger? Teils, teils. Also es gibt bestimmte Dinge, glaube ich, die einmalig Klick machen, wo du wirklich den Augenblick hast, wo du dir denkst, Wahnsinn, wie konnte ich bisher so blind sein in dieser Hinsicht? Auch vor allem auf dein eigenes Verhalten bezogen. Ja, nicht mal so auf das Außen, sondern vor allem, wo du dir so denkst, wie kann ich mich denn so verhalten jahrelang? Ist ja kein Wunder, dass diese Resonanz kam. Und daneben gibt es aber bestimmte Dinge, die natürlich ein Leben langlaufen. Und das ist auch sehr schön so, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass das den Schmerz langfristig komplett vermeidet, sondern wird weiterhin auch Schmerz geben und auch Momente, in denen man wieder fällt. Aber die Reaktionsfähigkeit ist eben eine völlig andere. Weil du die Techniken erlernt hast. Ja, und weil du auch wisst, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und da ist dann die Frage, was ist Gott? Für mich ist Gott persönlich nicht eine Entität, die außerhalb von mir ist, sondern dessen Teil ich bin und der auch Teil von mir ist. Und wenn man in diesem Bereich dann vordringt, was zwangsläufig so ist, dass man an diese Punkte kommt, an denen man Erfahrungen macht, die man auch in Worten nicht mehr beschreiben kann. Für mich ist bedingungslose Liebe auch nichts, was ich in Worten eigentlich beschreiben kann. Sondern das ist ein innerer Zustand, der, wenn man ihn erlebt hat, alles verändert. Und das ist so ein Klickmoment. Und ich möchte einfach jeden ermutigen, diesen Weg zu gehen, diese Momente auf sich selbst wirken zu lassen und die auch anzunehmen, wenn sie kommen. Und daran, seine eigene Lebensfreude erstmal richtig zu entdecken. Denn das ist aus meiner Sicht auch schwerwiegendste für die Systematik, die wir aktuell haben. Lebensfreude. Wenn Menschen Lebensfreude haben und sagen, ich stehe mit einem Lächeln in mir Sicht auf und ich nehme das Leben an und was auch immer kommt, ich gehe positiv voran. Das ist der Weg aus meiner Sicht, indem wir in eine Zukunft kommen, die besser sein wird, als alles, was wir bisher erlebt haben. Und die Sicherheit, wie du so schon gesagt hast, was kann dir in diesem Leben passieren? Es ist ein Spiel, es will genossen werden. Wir wollen viel lachen. Wir dürfen maximal in Gottes Hand fallen. Also nehmen wir das alles nicht so ernst und machen wir das Beste draus, haben wir Spaß. Und damit wir ein bisschen Spaß haben, dürft ihr hier unten gerne abonnieren oder uns auch was spenden. Lieber Friedrich, ich danke dir für dieses tolle Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre dieses Buches. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.